Hi Leute, RetroJoe ist am Start und heute gibt es wieder Mega Drive Action. Ich habe mir was rausgesucht, woran ich auch große Erinnerungen an meine Kindheit habe. Allerdings nicht an das Spiel, sondern an den Cartoon. Die Rede ist von Captain Planet and the Planeteers. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass das Bullshit ist. Shoot, jump, jump, shoot, super, jump muss auf B, press start to begin. Please help my planet here, ist das natürlich Gaia, die Mutter der Erde. Was die aber zu sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Denn die Story ist irrelevant. Wir können uns aussuchen, wen wir zuerst befreien wollen. Ich kenne die ehrlich gesagt alle nicht mehr Duke Nukem's Uranium-Mine. Ernsthaft, Duke Nukem? Ich glaube nicht, dass das wirklich mit Duke Nukem zu tun hat. Er hier war derjenige, der die Kraft des Feuers hatte. Und in Captain Planet ging es quasi um Umweltverschmutzung und darum, was Gutes für die Erde zu tun. Grafisch, naja. Wow. Ich habe noch nie erlebt, dass ich Energie verliere, indem ich einfach nur gegen eine Maschine laufe. Oh, meine Power ist gleich alle, wenn ich das hier... Oh. Scheiße. Ja, Power ist... Heißt begehrt. Gibt es nicht so viel von, offensichtlich. Ich habe auch keine Ahnung, was hier tatsächlich das Ziel des Ganzen ist. Aber ich laufe und springe hier einfach mal überall rüber. Steuert sich akzeptabel, sage ich jetzt mal. Eine weitere Maschine, die wir vernichten konnten. Die Musik ist relativ nervig. Emergency Exit Only. Okay, da geht es offensichtlich nicht rein. Gucken wir mal, ob es noch weiter hoch geht. Na, da geht es nicht weiter hoch. Du kleiner Mieser. Der schiebt die Dinger hier. Das ist hier bestimmt auch noch eine Maschine. Ja, da haben wir es doch. Maschine ist kaputt. Animation geht ja in Ordnung, aber guckt euch den Kerl mal an. Der hat kein Gesicht. Das ist nicht traurig, wie viele Leute heutzutage kein Gesicht haben. Das ist irgendwie langweilig, ne? Was denn Dinger hier auch noch eine Maschine gibt? Ja. Echt spannend, Leute. Captain Planet, ich sag's euch. Aber nüchtern betrachtet war der Cartoon damals auch nicht besonders gut. Aber wenn man neun Jahre alt ist und endlich am Wochenende Samstagsfernsehen gucken darf, anstatt Opa irgendwie im Garten zu helfen oder sowas, ist das hier schon ganz okay. Also so der Cartoon. Allerdings ist der Levelaufbau auch irgendwie nicht so... geht so höchstens. Okay, jetzt sind wir ganz unten. Ich renne natürlich mit dem Gesicht in das Ding da rein. Und da wir links auf jeden Fall alles erledigt haben, müssen wir rechts irgendwas vergessen haben. Das heißt, wir müssen hier nochmal hoch. Dank bei der Erste. Da rennt noch einer rum, das heißt, hier ist wahrscheinlich... Oh, Jungs, Jungs. Hört mal locker. Ne, die hab ich schon kaputt gemacht. Ja, da sind wir hin. Wir checken ja noch ein anderes Level, ob das ein bisschen mehr Spaß macht. Er hier hat nämlich Erde als... Wow. Ich werde von Ratten und Riesen-Kakerlaken gleichzeitig attackiert. Das ist ja... Da kommt ja Freude auf. Ich kann nicht hoch genug springen, um das hier zu verlassen. Okay. Wow. Das sind echt viele Ratten, aber es ist ja auch Le-Kanalisation. Alles Verwandte vom Meister Splinter, nehme ich an. Wer diesen Joke nicht versteht, sollte sich dringend überlegen, ob er im falschen Jahrzehnt aufgewachsen ist. Und, nee, also... Ja. Ach, guck mal hier, er kann klettern. Aber nicht abspringen davon, sondern sich nur fallen lassen. Das hilft mir natürlich überhaupt nicht. Das macht keinen Spaß, Leute. Wenn ihr draußen unterwegs seid, auf dem Flohmarkt oder auf einer Börse, und ihr seht Captain Planet fürs Mega Drive, nehmt es lieber nicht mit. Das war's von mir. Retro Joe out. Das war's vom Joke.